Okay, ähm, ich laufe geradeaus. Ich laufe links. Ich laufe falsch. Da ist Hund. Oh oh. Ich laufe links. Nein, kann ich nicht. Links ist nichts. Ich bin hier falsch. Oder doch nicht? Doch. Ich bin hier falsch. Ich muss dahin, wo der Hund war. Und wo er jetzt immer noch ist. Hallo Hund, ich gehe dahin. Du siehst mich nicht. Doch, du siehst mich schon. Mist. 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 La 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 la. Aber die Musik ist gut. Ich laufe dahin. Das ist richtig. Hier bin ich richtig. Ja. Mein lieber Scholli, du. Wo ist denn hier Tank? Tank. Tanky Tank. Hier ist Fuel. Nein, das ist Comradio. Was will ich da damit? Ich laufe. Was ist das? Das ist nicht so. Das ist ein Schall. Das ist ein Schall. Das ist ein Schall. Aber ich würde lieber etwas haben, das kann es öffnen. Oder ich werde hier ein langes Mal vor sein. Geh auf! Nein, du gehst natürlich nicht auf. Damit gehst du aber auf! Nein, gehst du auch nicht. Wo ist denn das Brecheisen, wenn ich es brauche? Natürlich kann man so einen Besen auch nicht aufmachen, geschweige denn, oh, ist das alles gemein. Na toll. Large Key. Ist es dafür? No, not quite right. Ich muss sterben. Ich möchte da hoch. Lieben Leute, ihr macht's mir nicht einfach. Da, hoch! Da! Ich will hoch! Hoch! Ah! Oh, jetzt war er auch noch. Rusted Shut. Ja, toll. Soll ich hier jetzt Entrostungsmittel holen, oder wie? Da, 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 da... Die Power ist auf, aber nichts. Ich habe es jotted in die Note, nur in case. Oh, Notes. Excavation Findings. Greenland Mist. Test. No, das ist nicht richtig. To-do-List. Mining Machine. Needs Ignition Key. I see. I see. Ah. 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 No. There you go. Okay. I've jotted down in the Note, just in case. Okay, okay. Mining Machine won't start out of gas. Oh, well. I need to go. So now, I need some gas. The litter on the gas can is rusted shut. I'd better have something to get that open. Ach, on the gas can. Um. No, not quite right. Yes! Ah. Now, you. Mother. Go. 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 Ah. As my new friend might say, drink your thirsty beast. Ah. You seek to find the truth behind all this mystery, and think it will set you free. But, truth is relative, and relatives cannot be trusted to bring good gifts. What you seek lies in the shafts beyond this collapsing of the sky, and if you look closely, so do I. A century of days has passed since I saw this area last. The disease ones sought to kill poor Red, but I took them on a wild poultry chase. They ended dead. They came from out the big metal door, but after all my years I knew the caves more. Hide and seek turned to seek and hide, and I buried them here beneath the solid rock sky. I... Yeah. Äh, der redet jetzt davon, dass, äh, die, ähm, äh, die kranken, die, 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 the, the diseased, wie er nennt, äh, wie er sie nennt, also ich glaube, das kann man am besten mit krank übersetzen. Und, äh, ihn verfolgen und er ecken sich in den Tunneln inzwischen viel besser auskennt als die und das aus einem Versteckspiel eine Jagd mehr oder weniger wurde und, äh, er die da, äh, unter Trümmern begraben hat. So ist er, der liebe Kerl. It's strange, but hitting that digger with the finally run. Ja, gut. Äh, was machen wir denn jetzt? Achso. Rum! Ja, grab dich tot, mein liebes kleines Maschinchen! Grab! Mach alles kaputt! Und jetzt explodiert's gleich. Oder kann er nicht weiter? Na, kann's nicht weiter? Doch, kannst du noch, ne? Kann's noch ein bisschen, ne? Oder? Oder nicht? Nee, kann noch nicht. Er sitzt da. Ich hab irgendwie den Eindruck, äh, ich kann das nicht ganz beurteilen, wie, ob der jetzt weiterkommt oder nicht. Aber ich glaube nicht, ne? Nee, dann, dann hole ich ihn mal wieder. Vielleicht hat er da irgendwie was dran kleben. Du kannst das Ding gerne wieder ausmachen. Ich würde das jetzt wieder ausmachen, aber nein, wenn ich da jetzt hinlaufe... Ich wollte gerade sagen, wenn ich da jetzt hinlaufe, dann geht das Ding bestimmt los und ich muss fliehen, aber... Nein. Welch ein Glück. Dem war nicht so. Hui! Ding Dong. Was ich allerdings jetzt vorher noch tun muss, ähm... Oder möchte vielmehr, ähm... Ist... Speichern! Denn falls... From out of the door rises something vast. Something terrible. Ja, das hatten wir schon. Ähm... Denn falls da gleich was kommt und nicht mal wieder sterben sollte, wie bei den Spinnen... Bin ich zumindest nicht ganz am Ende. It seems so strange now, to have been guided like a blind man by a faceless stranger whose sanity was clearly waning. Disposition unknown. For all I knew, this rat didn't even have a disposition to speak yet. Just a seething mass of conflicting emotions. Äh... Er erzählt davon, dass es schon merkwüdig ist, so als... Sich von einem... Menschen führen zu lassen, wie ein Blinder, äh... Der selber nicht mehr ganz dicht ist. I knew that my radio-reliant friend must have been cocooned nearby and perhaps in finding him. I would find myself one step closer to understanding what was going on. In just a couple of hours I would find what I was looking for and with it would came answers. Would come answers. I didn't realize at the time, but the answers I would... I found would be for questions I hadn't even asked. Also er... Er... Macht sich grade Hoffnung, Antworten zu finden. Und äh... Und äh... Da das alles erzählt wird, äh... Als wäre alles schon passiert. Von also... Dem... Typen. Wissen wir quasi, er wird jetzt Antworten erfahren... Zu Dingen, die er überhaupt nicht gefragt hat. It's like an opening into hell. I've been... I've never been down... This far before. Oh... Was? Bisschen tief, was? Was? Zerunterfallen, Philipp? Äh... Lieber nicht, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bäh. Hallo, ihr lieben Freunde. Ich glaube, jetzt wird's nicht mehr so ganz lustig. Ich bin ja echt schon gespannt auf... Wurm? Was ist da? Wollt ihr mich verarschen? Was ist ein Wurm? Alter! Ich hätte jetzt mit jedem Scheiß gerechnet, aber nicht mit nem Wurm! Da... Kann ich den... Jetzt kommen ja noch Stimmen! Äh... Hau ab, Wurm! Wurm! Das ist der Final Unknown! Alter! Der kann doch ja so rausgeschossen, ey, ich bin nicht... Oh... Hä? Moment... Oh Gott... Muss ich jetzt schon laufen, oder wie ist das? Ah... Ah... Na komm! Hau ab! Moin! Probable industrial Refinement Machinery! Rusted and useless now! Na, das ist ein Wurm, du Honk! Ähm... Kann ich den mit, ähm... Au! Nein, kann ich nicht! Okay, äh... Er kann auch springen! Äh... Scheiße! Äh... Man... Ja... Jetzt bin ich ein bisschen raus! Ich weiß nicht genau, wie ich den besiegen soll! Und, ähm... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Lust darüber nachzudenken! Ich bin heute schon so oft gestorben! Bei dieser Session! Ähm... Erst Hund, dann, äh... Nochmal Hund! Und noch mehr Hunde und... Spinnen! Spinnen kamen dann auch noch! Und, äh... Jetzt muss es nicht noch auch ein Wurm sein! Das kann dann beim nächsten Mal folgen! Ich wünsche euch deswegen noch was! Ähm... Wir... Hören uns! Ne, beziehungsweise ihr hört mich beim nächsten Mal! Bis dann!